Wie so oft in diesem Winter besteht wieder einmal die Gefahr von Glattes. Es kommt also neues Ungemach auf uns zu. Der Nativ Udo schickt uns vom Westeuropa her seine Front. Da wird es milder, andererseits hält noch die kalte Luft von Osten dagegen. Und diese Mischung ist sehr gefährlich, denn im Westen zieht Regen auf und dann besteht bereits in Hessen und im Rhein-Main-Gebiet zum Freitagmorgen in erhöhte Glättegefahr durchgefrierenden Regen. Das Ganze nach Osten hin noch weitgehend trocken, bei Nebelfeldern teils auch aufgelockert und die Tiefstwerte zwischen eisigen Minus 12 Grad im Bayerischen Wald und bereits einigermaßen milden 2 Grad am Niederrhein. Und da sehen wir es, das sind die Zonen mit erhöhter Glättegefahr eben für die Nacht zum Freitag, teilweise auch in Baden-Württemberg und im angrenzenden Bayern. Tagsüber dann verlagert sich diese Zone weiter in die Mitte und dann auch in den Südosten nach Norden hin. Dann ist es eher der Schnee, aber auch hier können die Straßen glatt sein. Und in der Nacht zum Samstag dann verlagert sich das weiter nach Osten und allmählich schwächt sich die Glätte dann ab. So schnell wie hier sollte man aber jedenfalls nicht auf den Straßen unterwegs sein. Es gilt eben erhöhte Vorsicht. Bereits am Freitagvormittag vor allem im Westen hier im Rhein-Main-Gebiet, in Hessen und allmählich auch in Thüringen. Und dann verlagert sich diese Gefahrensonne in den Südosten. Im Norden ist es Straßenglätte durch den Schneefall. Und die Temperaturen, die kommen kaum über minus 3 Grad hinaus hier im äußersten Südosten. Im Westen ist es bei bis zu plus 8 Grad bereits deutlich milder. Im Westen ist es bei bis zu bis zu bis zu bis zu bis 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 Untertitelung des ZDF, 2020